Okay, erzähl mir deine Geschichte. Mein Name ist Raphael. Ich bin 14. Ich arbeite im Müll. Ganz egal, wer die Brieftasche hat, der wird umgelegt. Hier, danach suchen sie. Ich weiß noch, was das öffnet. Wo Korruption und Ungerechtigkeit haschen, ist immer Geld im Spiel. Was machen wir jetzt? Das Geld suchen. Gano! Irgendwas Neues von den Jungs? Die sind wahrscheinlich schon tot. Mach die beschissene Müllhalde platt! Wozu das alles? Wieso machst du das? Weil es richtig ist. Wollen wir das wirklich machen? Ja, cool. Wir machen eine Revolution. Sie haben so viel durchgemacht. Warum haben Sie nie aufgegeben? Weil es richtig ist. Wir machen so viel durchgemacht. Wir machen so viel vielleicht. was wir – uns schnitteln Deut. ār Cities Jetzteeee ogni sich so vielwer überhaupt ohne Wasser hin. Weil wir Vincent! Wir machen so viel Geld.